ja wir Leute, hallo, ich komme wieder zu Heroes of the Storm und wir spielen wieder Wanked, wir haben jetzt Finne Finneee Alter, der Scan ist geil von unserem Hina ja okay, den wollte ich nicht an und das sind alle afk ganzes Team afk, das ist auch cool das wäre ja neust ich habe einen Lilly gefunden ja, Lord Neckles Anfänger, er hat sich im Turm gestellt und ist da stehen geblieben ja, wir haben auch alles da als das habe ich gebraucht ich wandere allein es gibt noch es gibt noch wenn's es gibt noch noch es gibt noch es gibt noch oder es gibt noch Reins Na los geht's. Die Linien öffnen sich weit. Die Untoten werden erwachen. Ich handle instinktiv. Misha, komm zu mir! Jetzt ist kein Zurück mehr. Misha, komm zu mir! Unsere Wege kreuzen sich. Die Geister sagen jetzt, dieser Held sterben. Jag sie raus! Auf der Pirlo. Elender Rücken. Ich habe nicht genug, Mana. Doppelkill. Jetzt geh ich. Oder? Oder? Ne, ich geh nicht. Ne, ich geh nicht. Bleib da. Gefällt mir jetzt. Aufgeschmack. Die Geister sagen mir, dass dieser Held sterben muss. Unsere Wege kreuzen sich. Held weg. Heats tot. Oh, schlechter. Oh, 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 oh. Ich muss hinter mir einen. Das ist ja für... Lotta. Ich hab weiter so, Heiler. Ich hatte instinktiv. Gute Arbeit. Ich habe nicht viel Mana. Ich dachte, ihr... Das habe ich gebraucht. Ich hatte instinktiv. Ich hatte instinktiv. Ich hatte instinktiv. hat ihn drinnen aber er hat einen Trap gemacht und war weg ja ich bin gecapt im Schlag des Bosses ich habe nicht genug mann ab das auf hier ist der Atom genau da da bin erhielt euch Golems nice und lasst eurer Wut frei im Lau ha nice ich habe oben gewartet, falls sie rauskommt ja ein guter Kampf da hätte sie auch nicht lange mitgemacht oh wir dürfen oder verteidigen? Verteidigen, oder? ja, hätte ich auch gesagt der Golem ist stärker als der eurer Feinde aber ich verteidige noch schnell gegen die Sultner die die geschickt haben ja ich sage immer gegen die Sultner umlieb komm ich zu dir ja ja hier im Wald ist ein unnetter Besuch ich handle instinktiv hier ja 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 ok ja 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 joh ja Stau zu Stau, wie es so schön heißt. Der steht schon wieder in den Türmen. Schau mal an, was der tut. Moral ist halt denn mal übelst dagegen. Ja trotzdem, das ist Manaverschwendung. Hinter uns ist Serratöl. Weiter so weit ab. Los geht's. Die Zerspüren sind vorbei. Elendart und. Die Zerspüren sind vorbei. Ich wandere allein. Die Zerspüren sind vorbei. Bord. Oh, der mich. Weck der Demortiert der Äxten. Da ist mein Hund eingesperrt. Ja, der der, der macht das nichts. Komm mal, den nach. Nein, 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 nein. Abkling, abkling, Zeit ist zu. Dung. Der Tod regt sich in den Minen. Werdet ihr dein Doppel dem Trotz? Okay, wir unten drin. Hört ihr dieses Klappern? Ich glaube, sie haben Oma. Los geht's. Nein, was ist denn? Von hinten kommt noch einer. Ja. Oh, da ist ein Strahl. Mami schaltet es aus. Die machen dafür die ganzen Versailles schon wieder draußen, ne? Ja. Oh, wahrscheinlich. Das ist lang. Ja. 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 Geil. Geil. Let's den den Golem ausschalten. Ja. Ja, fuck. Ja. Aber unsere lebt immer noch. Ja. 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 Gebäude die Trott Nein ich lebe noch aber ich bin ziemlich knapp weggekommen aber unser Healer ist tot und jetzt bin ich tot so schnell kann ich nicht mehr gehen ja da konnte keiner so schnell reagieren diesmal hat er keinen Healer da, der ihn gegen hielt, während er in den Tower reinläuft nö Herr Pfad ist lang mach das weg Achtung von hinten, Lillies und was anderes, Böse, ja kurz schief die Verdammte zurück wappnet euch ich habe glaube ich die gerade alle abgestoppt und nehmt ihr Schäbel an euch ich bin jetzt müssen wir uns einen guten Kohlen, Kohlen machen unsere Wege kreuzen sich Zeratul ist wahrscheinlich unten und wallah ne, war gleich nach hinten in die Base-Card gerannt, die ist schon mal nicht hier mit aber Zeratul ist hier links aber Zeratul ist hier links aber Zeratul ist hier links ja hier ist Zeratul euer Einde können nicht bei euch bestehen da bin ich hier ich hatte endlich zu furchtlos als ich erwartet hatte ach 200 kommt oh 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 Baller und so machen wir schon wieder das andere Zeug. Aber diesmal ist unser Brot, es macht stärker. Das habe ich gebraucht, meine Golems, und lasst eurer Wut freien Lauf. Ich glaube, Raynor tötet welche in der Mitte. Nein, Raynor ist zu doof, seine Ulti zu verwenden. Das wisst ihr auch noch nicht. Na ja, gesehen hat er das bekommen. Nee, die töten können. Jetzt sind sie ja alle entkommen. Also ich hätte töten schon besser gefunden. Euer Golem ist weitaus stärker als der eurer Feinde. Los geht's. Ich habe nicht mehr gebraucht. So soll es sein. What the fuck, die Vassallen unten, Alter. Wie es aussieht, sind meine Golems zur Erde zurückgekehrt. Oh, ich krieg Probleme. Oh, jei, 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 jei. Achtung, jetzt kommt einer von unten, von dir. Meine Seite. Einer? Ich hab nur einen gesehen, weil es der Autor ist unsichtbar. Drei. Drei von hinten, drei von unten. Achso, fünf. Naja, 28 Kills, drei Tote kann man so stehen lassen, die Runde ist doch wieder einiges besser. Ja, die Runde gehst du wieder voll ab, irgendwie. Ich wandere allein. Die Runde müssen wir theoretisch auch gewinnen, weil wir spielen einiges besser wie die Gegner. Zumindest hier mehr Forst Terratul. Terratul. Ich weiß. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Der ist schon mal ein bisschen lind. Ja. ne? Hm. Aber jetzt dreht mir die Linie auch weg. Oh, die Fahre. Oh, da nix er. Jetzt hab ich ein Problem. Ja. Aber ich kann mich verteidigen, weil ich hab Spinnen mit Giftüberkommen und so. Ja, aber der Wind weg. Tretet ein, Helden. Die Verdammten erwarten euch. Ah, ich glaub, die hat oben Verstärkung. Ich glaub lieber nicht nach oben. Ja, da links sind ihre ganze Verbindeten. Oh, ich bin tot. Da kam noch ein Dritter. Er ist auch tot. Das Moral schaffst du irgendwie den. Nee, schaffst du nicht. Der macht ja auch noch Selbstmord dazu. Ja, okay. Ne. Ne. Warum läuft ein Healer in vier Gegner rein? Warum? Brauch ich nicht rein. Mehr brauchst du nicht. Mach dir was sein, Lager. Du kannst. Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern? Jetzt verlieren wir übrigens. Weil da kommt jetzt ein Golem 80 hoch. Um gleichzeitig zu erlegen, was seien gerade unsere Zitadelle. Warte. Hier hast du einfach, ne. Ja. Und hält nicht mehr auf. Wenn ihr auf einen stärkeren... ... werdet ihr mehr Schäbe sammeln müssen. Hör uns erst refugee. Oh, das ist ein- Ich wandere allein. Wehrknochen für die Minen. Wir haben doch noch nicht verloren. Aber der Levelvorteil ist jetzt weg. Ja. Jetzt den Teamfighter müssen wir jetzt gewinnen. Wir haben jetzt den Teamfighter. Wir haben jetzt den Teamfighter. Wir haben jetzt den Teamfighter. Wir haben wieder gewonnen. Wir haben wieder mega Neues. Wir haben jetzt den Teamfighter. Wir haben jetzt den Teamfighter. Und ich warte, bis der Video fertig ist. Bis dann. Ciao. Ciao.